Warum versteckt Minecraft das nützlichste Feature für uns und warum sind goldene Karotten das beste Essen? Was viele Spieler nicht wissen, ist, dass Minecraft eine versteckte Hungerleiste hat, die Saturation-Leiste. Man kann sie im normalen Spiel nicht sehen, aber durch Mods oder Clients sichtbar machen. Je nachdem, wie voll diese ist, regenerierst du automatisch Herzen zurück, sobald du Schaden bekommst. Du kannst sie durch Essen auffüllen und jedes Essen gibt, abgesehen von den normalen Hungerbalken, auch noch eine jeweilige Anzahl an Saturation-Balken dazu. Hier siehst du eine Liste von allem Essen in Minecraft und du kannst sehen, dass goldene Karotten ganz oben sind. Und du kannst auch dieses Video liken und den Kanal abonnieren, aber...